Do ask, do tell, do tell, do tell Hi, ich bin Zunchi, ich bin Fab und wir sind Schuh Und wir gehen jetzt in Zürich, wo alles vor 13 Jahren angefangen hat Schuh ist eine Online-Community für Lesben, die wir vor 13 Jahren gegründet haben Mit dem Ziel, dazumal, ist es eben als lokale Mailing-List für Zürich Bei uns darf man nur Babyfoto herunterladen Wir haben eben gesagt, nach dem Äusseren soll man die Leute einfach nicht beurteilen Weil auch wenn jemand die gleiche Interesse hat, dann kann es eben interessant werden Vielleicht entwickelt sich irgendwann ein bisschen mehr daraus Das hat es schon öfters gegeben Und das macht uns einfach total stolz Dass sich eben durch dieses Konzept sehr viele Freundschaften im Ersten, wie wir gebildet haben Und schlussendlich auch natürlich beziehungsweise Aber Freundschaften sind ja oft auch wichtig Und halten auf die meisten Falle immer Wir stecken schon seit 13 Jahren sehr viel Herzblut in dieses Projekt rein Obwohl wir einen Computer schon zigmal haben wollten aus dem Feisten schiessen Rissen wir uns immer wieder zusammen und arbeiten daran Und wir waren schon 2014 nominiert Und dort haben wir leider verloren Und darum würde es uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir das mal gewinnen würden Und ich denke, das ist der Dank der Schuh-Community an uns Dass wir das eigentlich machen für sie Und mit dem Preisgeld, ja, es stehen neue Server an Also das können wir sicherlich gut brauchen Vielen Dank! Vielen Dank!